An der ETH wird so viel mehr als nur studiert. An der ETH gibt es ganz viele junge Talente, die kreative Ideen in Prototypen und marktfähige Produkte umsetzen, motivierte Innovationen vorantreiben und ganz mutige Start-ups gründen. Und die ETH ist auch ein Ort, wo sich die Studierenden politisch, kulturell und sozial engagieren können. All diese Aktivitäten haben eines gemeinsam. Sie sind von Studierenden für Studierende. Derzeit sind die verschiedenen Organisationen in provisorischen Räumlichkeiten über die ganze Stadt verteilt, was die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen erschwert. Wir wollen alles unter ein Dach bringen, im neuen ETH Center for Students and Entrepreneurs. Ein neues Zuhause für Kreativität, Innovation und Unternehmertum mit Coworking und Makerspaces sowie Begegnungszonen über Disziplinen und Organisationen hinweg. Und für Begegnungen mit Wirtschaft und Gesellschaft. ETH latest project creates ideal training ground for scientists and tomorrow entrepreneurs. Das Ökosystem, das wir arbeiten wollen, wird Innovationen fördern, zu Gründungen von neuen Unternehmen führen, Arbeitsplätze schaffen und damit Zürich und die Schweiz als Standort für Wissenschaft und Wirtschaft stärken. Wir können es kaum erwarten, dass jeder einzelne von den 9100 Quadratmetern mit kreativen Köpfen, Ideen und Prototypen gefüllt wird. Das Gebäude ist ein wichtiger Meilensteiger der Schweiz. Damit das Bauprojekt realisiert werden kann, benötigen wir Ihre Unterstützung. Sie können uns helfen, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen. Werden Sie Teil der Zukunft der ETH.